Moin moin, liebe Erstklässler. Frei nach dem Motto Doppelteltbesser. Auch das Video musste ich leider zweimal machen. Anscheinend fehlte der Ton auch bei dem ersten Video. Möchte ich mit dir heute besprechen, was es mit sogenannten Flächen auf sich hat. Die Erstklässler meiner Schule, die ihr arbeitet heute auf der Seite 16 und auf der Seite 17. Und es geht erstmal um diese Formen oder man sagt auch Flächen hier oben. Hier seht ihr verschiedenste Formen, die alle unterschiedlich sind. Insofern, dass sie unterschiedlich aussehen, was die Größe anbelangt, aber auch was die Farbe in dem Fall anbelangt. Hier drüben beispielsweise, das sind sogenannte Vierecke. Wie der Name schon sagt, Vierecke haben vier Ecken und aber auch vier Linien. Egal welches Viereck du dir anguckst, vier Ecken und vier Linien haben alle. Dann gibt es noch die Dreiecke, die, wie der Name schon sagt, drei Ecken haben, aber auch drei Linien. Und dann hier drüben im Blau findest du noch die Kreise. Die sind wirklich kreisrund, die haben gar keine Ecke und bestehen aus einer Linie. Ich möchte dir jetzt einmal erklären, was der Unterschied zwischen den Ganzen ist, vor allen Dingen bei den Vierecken. Und dann möchte ich dir erklären, was du auf dieser Doppelseite tun musst. Du siehst hier drei verschiedene Vierecke, orange, grün und rot. Die besonderen Vierecke, die findest du hier drüben. Ich fange mal mit dem roten Viereck an. Dieses Viereck ist ein ganz besonderes und nennt sich Quadrat. Das klingt so ein bisschen so ähnlich wie der Quader, den du schon kennengelernt hast bei den Körpern. Den zeige ich dir nochmal. Moment. Das hier ist der Quader. Der hat aber damit eigentlich, außer dass das so ähnlich klingt, kaum was damit zu tun. Bei einem Quadrat, das ist eine Fläche, die kann man nur aufzeichnen, die kann man nicht anfassen. Das ist der Unterschied auch zu einem Körper. Beim Quadrat sind alle Seiten, alle Linien gleich lang. Das ist das Besondere bei diesem Viereck. Unterschied dazu ist das Rechteck, das grüne hier. Beim Rechteck sind die gegenüberliegenden Seiten, also die obere und die untere Linie und die Linie links und Linie rechts, gleich lang. Das sind nicht alle Linien gleich lang, sondern nur oben, unten, links und rechts. Die gegenüberliegenden Seiten oder Linien. Das Quadrat ist in gewisser Weise eigentlich auch ein Rechteck, weil auch da ist die obere Linie genauso lang wie die untere und die linke genauso lang wie die rechte Linie. Aber dadurch, dass alle Linien gleich lang sind, hat man irgendwann mal gesagt, das Quadrat, das bekommt noch einen besonderen Namen. Also Quadrat, alle Seiten, alle Linien gleich lang, Rechteck, die gegenüberliegenden Linien sind gleich lang. Und dann gibt es noch die normalen Vierecke, die jetzt keine Besonderheit unbedingt haben. Die zeichnen wir jetzt gleich orange. Und damit ich das nochmal ein bisschen genauer zeigen kann, habe ich hier mal ein paar Formen vorbereitet. Und wir wollen als allererstes mal die Formen genauso wie auch in Flex und Floorheft einmal mit der richtigen Farbe anmalen. Wir fangen mal bei den Kreisen an. Alle Kreise, die wirklich kreisrund sind, die nicht aussehen wie ein Ei, die malen wir mal blau. Wie viele Kreise kannst du hier drauf entdecken? Ich entdecke zwei. Nämlich den hier und den da. Falls du gedacht hast, ah, das und das, das könnte auch noch ein Kreis sein, ah, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das sind höchstens ovale. Kreise sind wirklich kreisrund, ja, wie der Name schon sagt. Die beiden, die male ich mal blau an, wie in deinem Heft auch. Das mache ich ein bisschen schneller und nicht ganz so genau, sodass du aber die Farben leicht erkennen kannst. Dann machen wir weiter mit den Dreiecken. Die Dreiecke, Dreiecken, drei Linien, die sollen gelb sein. Wie viele Dreiecke kannst du auf meinem Zettel hier erkennen? Ich zähle drei Dreiecke. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Alles andere sind keine Dreiecke. Die Dreiecke sollen gelb, die male ich mal ganz kurz gelb. 1, 2 und 3. Als letzte Übung wollen wir jetzt noch alle Quadrate und alle Rechtecke färben. Quadrate sollen rot angemalt werden. Denkt nochmal dran, Quadrate, alle Linien, alle Seiten sind gleich lang. Wie viele Quadrate entdeckst du hier auf meinem Blatt Papier? Ich sehe zwei Quadrate. Das hier ist eins. Da sind die Linien alle gleich lang. Das kann man, glaube ich, ganz so gut erkennen. Aber auch das hier ist ein Quadrat. Es ist zwar vielleicht so ein bisschen gekippt, aber auch hier kann ich dir sagen, sind alle Linien gleich lang. Quadrate in rot. Quadrate in rot. Eins. Und zwei. Jetzt suchen wir noch die Rechtecke. Rechtecke, nochmal zur Erinnerung, die gegenüberliegenden Seiten oder Linien sind gleich lang. Wie viele Rechtecke kannst du jetzt von den verbleibenden Formen noch entdecken? Wo sind die gegenüberliegenden Seiten oder Linien gleich lang? Eins. Zwei habe ich gezählt. Denn Rechtecke, die können sowohl so aussehen, ein bisschen klotzförmiger oder auch so lang gezogen, aber trotzdem gilt die Regel oben, unten, links, rechts, oben, unten, links, rechts. Die Seiten, die gegenüberliegen, sind gleich lang. Rechtecke malen wir grün. Alle anderen Formen, die wir jetzt nicht angemalt haben, entsprechen nicht dem, was wir gesucht haben. Oder sind Vierecke ohne besondere Eigenschaften. Das hier unten zum Beispiel, oder das da oben, das sind zwei Vierecke, die aber jetzt nichts Besonderes haben. Die würden wir jetzt noch orange malen, aber das lasse ich jetzt mal an der Stelle aus. Was sollst du jetzt also auf deinen beiden Seiten tun? Das gleiche, was ich gerade gemacht habe, sollst du hier auch machen. Färbe hier alle Kreise blau, alle Quadrate rot, alle Rechtecke grün und alle Dreiecke gelb. Auf der nächsten Seite findest du verschiedene Verpackungen. Und ich möchte, dass du zuallererst einmal hier zu den Formen Quadrat, Rechteck, Dreieck und Kreis die Zahlen dazu schreibst von den Verpackungen. Also kannst du hier vorne bei dieser Verpackung, bei der Nummer 1, ein Quadrat erkennen, dann würdest du beim Quadrat die 1 entschreiben. Kannst du ein Rechteck erkennen, würdest du da die 1 entschreiben. Manchmal gibt es Formen, die auch aus mehreren, äh Verpackungen, die aus mehreren Formen entstehen. Ja, da musst du vielleicht mehrere Zahlen hinschreiben. Und hier unten, da siehst du einen Quader, den hast du gestern kennengelernt, und einen Würfel. Und diese Würfel, die bestehen, und diese Quader, die bestehen aus verschiedenen Rechtecken und Quadraten. Und ich möchte, dass du hier unten alle Flächen, die zu einem Würfel gehören, blau anmalst und alle Seiten oder Flächen, die zu diesem Quader gehören könnten, grün anmalst. Also, ich gebe dir mal den Tipp, bei den Würfeln brauchst du nur die Quadrate. Für den Quader brauchst du jede Menge Rechtecke. Beides mal sechs Stück. Viel Erfolg beim Suchen und beim Finden.